Ich bin Mara Soth, Königin des Riffs. Ich erbrachte ein großes Opfer, um die Menschheit vor der Schar zu retten. Ich verlor alles. Meine Flotte, meinen Bruder, die Lebensart meines Volkes. Ich sah die träumende Stadt verfallen, entweiht durch Oryx, verflucht von Saratun. Nun fordere ich diesen heiligen Ort zurück, um ihn endlich aus dem Klauen der Schar zu befreien. Obgleich auch du mir genommen hast, was mir sehr viel bedeutet. So hast du doch gelernt, die Kriterien für deine Feindesliste zu überdenken. Heute erhalten wir eine einmalige Gelegenheit. Der Weg vor uns ist voller gefährlicher Entscheidungen. Hüter, wähle weise. Die Reaktion der Welt Der Weg vor uns ist voller gefährlicher土, sondern nur noch nicht so viel erkennen. Königin des Riffs auf dem Klauen donner, Vielen Dank.